dann starten wir dann aber wir müssen zuerst mal ein bisschen was einstellen machen wir auf 5 oder reicht das so vielleicht ich glaube das reicht maus 40 wie läuft mal also wir können mit der maus kicken okay mit der maus so weiter was der nummer schnell moment wie stört die musik ich glaube das ist so gescheiter oder das ist da so drin man kann die dinge kaputt machen diese ok da kommen wir aber mit f geht's hey warte mal so erst mal ein energy dann geht's weiter boah voll verpeilt ist das game nice energy wieder was sind das krokodile gell oder das sind krokos was ist das was ist das krokodile gell oder krokodile gell oder krokodile gell oder krokodile gell da kann man nur was saufen von energy ach ok und mit dem sind wir dann schneller so 16 von 16 ok cool nice level 2 schade dass das eigentlich bloß demo ist aber naja was geht jetzt hier ab ok 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 mal schauen was da so was hier so passiert ok 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 Die Dinger sind Ends Akku, ey. Nein, ich habe keine Waffen mehr. Ich brauche eine neue. Da gehen nicht mehr so schnell die Schüsse weg. Was gibt es hier? Wo sind wir herkommen? Da, oder? Wir sind da durch. Was ist dann hier drin? Oh. Oh, oh, oh. Okay, das ist so eine Art wie der Nebenraum. Aber wir haben alle gecleared. 16 von 16 wieder. Boah. Boah, die Demo geht aber echt übel lang. Drei Level schon. Wahrscheinlich zackt man es bis zum Boss oder so. Schätze ich mal. Okay, nice. Bäh. Ekelhaft. Alles verpixelt. Schade. Da sind welche. Oh denn, aber da spielt die Melodie. Aber ich sehe keinen. Schade. Oh fuck. Sind das alle? Ja. Ich glaube das waren alle. Nice, oder? Hammer schon. Wow. Aber wir hätten auf das Fass da schießen können. Aber wir hätten auf das Fass da schießen können. Weil da geht es da rüber. Okay. Wow, wow, wow. Ich habe ihn. Der war im Eck. Aber hat der keine Waffen? Hm. Naja, okay. Dann. Da hin oder da hin? Gehen wir da rein. Okay, der ist da down. Mal schauen. Das macht halt Ends Bock irgendwie so die Leute so irgendwie zu killen. Oh, geil. Geld. Okay, der ist auch weg. Mal schauen, was hier geht. Ah, da hinten kommt noch einer. Der doch glaube ich, es ist gecleared. Bin mir aber noch nicht so sicher. Weil da immer nur die Mucke da ist. Ob's. Tschuldigung. Hoffentlich keine mehr. Mit wo schießen. Oh, oh, oh. Ich hab nur noch einen Schuss. Oh fuck. Oh nein. Schnell weg. Ah, wo sind wir her, Camper? Brauch Muni. Laufen die mir eigentlich hinterher? Glaub schon, oder? Aber nicht so schnell. Jawoll. Nein. Sind wir schon wieder down? Na ja. Okay, da müssen wir ein bisschen irgendwie aufpassen. Das gibt's doch nicht. Hey, wo ist die Knarre? Ah, okay. Ich glaube, wir müssen da echt das langsame spüren. Noch einer, oder? Nö. Drei Schuss. So, da waren wir schon. Oh, oh, oh. Du musst immer ein bisschen warten. Sonst klappt das nicht. Bestimmt wird das dann irgendwo nur entschwer. Ja, hey. Es macht heute unheimlich Bock. Noch einer, oder? Wander zwei. Aua. Oh nein. Hm, 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 hm. Hier, sie freuen uns nur, du komischs. rumdänzt, hä. Hey, gib mal die Ding, die gern. Was? Du, mäßt, die mal zusammen. Munsten alle gewesen sein. Den noch. Normalerweise waren nur drei. da schmeißen wir die gar nicht mehr weg jetzt können wir es daher okay da müsste noch einer oder war da nur einer tür auf weil ich glaube ich gehe da mal in deckung weil ich glaube dass dort zwei waren da geht doch der hat mir nämlich gerade gekillt der sack da neue muni da glaube ich war keiner oder den hammer da waren drei da hinten ist nur geheimtür da ist nur tür naja hat mir gedacht der den habe ich aber die zeit kann nur schnell mit sondern dann geht es da lang dauern wir noch nicht weg mit dir waren das alle na da kommt noch einer da hinten im eck im eck im eck steht er einfach da drin und ist nicht mehr tot ist da noch was da glaube ich gekillt dabei sind hier okay das ist dann die hätte man eigentlich da lange laufen können 30 von 30 jawollo was ist für welt und